Okay, wir gehen in das letzte Gebiet, nehm ich mal an. Shabnigurath awaits you. Nichts geht mehr. Wir haben leider gar keine Waffen. Oh man. Das ist so unfair. Das ist genau die Waffe. Nur um einen zu ärgern. Fische, geht weg. So, wir haben ein paar Gegner auf jeden Fall noch, bevor wir wahrscheinlich den Endgegner bekämpfen werden. Ich nehme das jetzt einfach mal schwer an. Also, wenn Shabnigurath mich jetzt erwartet. Dann sollte es schon auch einen Endgegner geben. Ich glaube nicht, dass das hier nur noch ein weiteres Level ist und dann einfach vorbei ist. Okay, wir haben nur ein paar Waffen tatsächlich. Also, wir haben jetzt gerade... Ich meine, wir haben zwar glaube ich auch Raketen bekommen. Beziehungsweise Granaten ist ja eigentlich dasselbe. Oh, was ist denn das? Ist das der Endgegner? Oh, hier kriegen wir die Waffen. Sehr schön. Oh mein Gott, ein Shambler. Ich meine, da ist auch ein Endgegner. Aber da ist der Shambler. Den mag ich nicht. Ich mache mal ein Quick-Safe schnell. Wir haben sogar ein Secret, sehe ich gerade. Oh, noch nicht noch ein Shambler. Komm schon, stirb einfach. Du bist ein dummer Shambler. Gut. Warte, das sind so viele dumme Shambler. Oh, nice. Das ist sehr gut. Oh Gottes Willen, das ist nicht so gut, wenn das auf mich zukommt. Und die Shambler, die kennen nix. Aber ich kenne auch nix. Ich habe Strom. Und mit Strom werde ich euch besiegen. Genauso wie ihr versucht, mich zu besiegen. Oh Mann, oh. Das war ein bisschen brutal. So. Sehr schön. Oh. Aua. Okay. Wo sind jetzt die ganzen Gegner auf einmal? Das wundert mich halt schon ein wenig. Äh. Ah, hier sind jetzt welche. Oh Mann, sie machen Schaden. Guten Schaden. So, da sind auch die Shambler. Ich will nicht sagen, ich habe sie vermisst, aber... Ja, was lieber sie tauchen auf, damit ich sie umbringen kann, wenn ich weiß, dass sie auftauchen. Es wäre um einiges verheerender, wenn die auf einmal überraschend auftauchen, sage ich mal. Oh, blöde fiecher. Oh, blöde fiecher. Talblöde fiecher. Ja. Oh, blöde fiecher. Oh. Ah. Ah. So, jetzt mal schauen. What? Oh Mann. Ich kapier's gerade nicht. Hä? Was zur Hölle? So, auf jeden Fall muss dieser Schämbler, der muss sterben. Oh Mann, wie nervig. Blödes Tor auch noch. Ich meine, wenigstens kann ich hier dem seine Nahkampfattacke ein bisschen baiten, merke ich hier gerade. Das hätte mir beim Rest des Spiels gut helfen können. So. Was genau macht das? Ich lande dann auf diesem komischen Ball. Zum Teil hatte ich... Weiß nicht, ich rutsche hier mal so nach vorne. Das ist halt doof. Das ist halt echt doof. Oh. Äh. Wow. Muss ich irgendwas mit diesem Ball machen? Oh, weiter. Hier geht's lang. Ah, okay, gut. Ich nehme mal an, dass... Äh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Äh. Ich verstehe es überhaupt nicht. Nee. Ich verstehe es halt echt nicht. Wenigstens habe ich das Secret, aber was soll es mir bringen? Irgendwie komme ich immer... Kann ich das hier anschießen? Warte mal. Ich beobachte das Ding hier mal. Es fliegt rein. Ach, muss ich erst in den Endgegnereien und dann innen gegen irgendwas kämpfen, oder wie? Warte, aber dann will ich den Quad-Damage haben. Jetzt muss ich nur warten, kurz bevor der reingeht. Ja, ich glaube, jetzt geht der rein. Nee, ich habe zu lang gebraucht. Ich habe schlecht getimt. Das war's. Oder ist das nur mein zu verarschen? Ja, vorsicht, dass ein Schampler hinter dir hat. Äh, congratulations and well done. You have beaten the hideous Shabnigurev and her hundreds of ugly Changelings and monsters. You have proven that your skill and your cunning are greater than all the powers of Quake. You are the master now. Its software salutes you. Also, ein ordentlicher Endgegner wäre schön gewesen. Kann ich den noch töten, den Jambler? Das ist ein Jambler, der hat es nicht verdient zu leben und so weiter. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das war's. Von diesem Ende. Aber anscheinend ist es jetzt das Hauptspiel gewesen. Ich meine, gut, das Spiel selber war richtig nice. Sehr geil sogar. Lel, er ist tot. Verdient. Aber, dass die Endgegner so komisch waren, finde ich nicht gut. Finde ich absolut nicht gut. Ne, wirklich nicht. Aber, mit Quake ist es noch nicht ganz vorbei. Ja, ja, ja. Denn es gibt noch Addons. Zwei, glaube ich, welche relativ, oder ich nehme mal an, eher kurz nach dem Spiel, nach dem Original-Release rausgekommen sind. Und dann noch eines, welches, ich glaube, Machine Games war es, welche auch Wolfenstein der New Order gemacht haben. Die haben zum 20-jährigen Jubiläum von Quake, welches ja letztes Jahr, also 2016 gewesen ist, eine Episode veröffentlicht, eine neue, eine komplette, auch gratis. Und die werde ich natürlich auch spielen, also, äh, ist ja klar. Heißt, Quake wird noch weitergehen. Wir sehen uns also beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020